Hallo und herzlich willkommen zurück zu Counter-Strike Source. Heute mal wieder mit einer anderen Map. Mit ein bisschen anderen Spielmodus als Zombies. Zu dem Spielmodus kann euch denke ich mal der Dominik oder der Thorsten was sagen. Bomben legen halt. Bomben legen, ganz klassisch. Nur mal ne bisschen andere Karte. Mit nem kleinen Special, wenns passiert. Wenns passiert, ja. Wurde vom Teamkameraden getötet. Es ist super. Mega toll an. Der Remy ist auch schon tot? Wieso werft er hier seine Waffen durch die Gegner, Typ? Ihr seid schon tot. Ja, ich wurde vom Teamkameraden getötet. Ich glaube auch. Oh, Dominating. Oh. Oh, Michelangelo war das glaube ich sogar. Jetzt die ganze Folge so hoch. Oh. Fuck. Ich bin tot. Aber vorher habe ich noch einen erwischt, die gesluckt. Headshot. Noch einer. Ja. Oh, yeah. Ich halte mich da raus. Aber wieso? Darum. Weil er nicht schwuchteln kann. Einfach so die Pussy. Oh. Moment doch mal. Ich hole mal kurz ne Dose. Wir sollen zwar Gefühle reinbringen, aber nicht so Gefühle. Ach doch. Egal. Sie sind ganz schön warm, Jungs. Wisst ihr das? Was? Wir sind heiß? Warm. Nicht heiß. Boah. Wie der gleich für das Wort im Mund rumgedreht wird. Tja, das kenn ich auch von jemandem, ne? Wieso dreht der Wörter im Mund um? Kann man mich doch nicht aussprechen. Geht in Deko. Geht in Deko. Geht in Deko. Da kommt wie eckig. Ich bin sofort tot. Ich bin blind. Ich bin blind. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ah, Augen auf. Ah, ich sehe wieder was. Ah, das war zu weiß. Ey, Jeremy, ich glaube, du bist gestorben. Ja. Diesmal von keinem Teamkameraden. Ich bin bei Lackstiefel. Irgendwie passt das Thema. Ja, irgendwie schon. Mann. Die haben da grad so schön rumgepackt und ich kann die nicht töten. Ich bin bei Soul Eater. Tolle Serie. Musst ihr euch einfach mal wirklich angucken, wie ihr das hier seht. Ich bin grad bei Ludino. Ach, du bist auch schon tot? Ja. Das klappt ja wieder super. Ach, der Lackstiefel, der gibt euch. Eure Team macht er fertig. Der Lacki. Er gibt es hart von hin. Ah, der dominiert ja. Oh ne, es ist auch tot. Er hat zu viel dominiert. Dafür noch... Der Lordino. Guck jetzt. Nein, die Maus ist tot. Was? Hier ist grad einer Maus. Mäuschen. Wieso spielt eigentlich nicht Justin Bieber mit? Das ist so lange hoch, ey. Server ändert Level. Oh, Justin, wo bist du? Oh, Justin hat für ihn dominiert. Die Dominik. Hat dich für ihn aber auch dominiert, ne? Ja, genau. Und jetzt müssen wir mal ein bisschen lauter reden, weil... gerade ein bisschen komische Musik läuft. Bei Mini. Ladevorgang. Aber bei mir. Aha. Sekunden. Warm up. Ich bin noch 15. Warm up. Und ich habe es eine schöne Waffe. Stirb doch mal. Stirb alle. Oh, jetzt bin ich tot. Stirbt alle. Undi. 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 Oh, meine Waffe ist leer. Was geht's los? Ist sie immer noch da? Ne. Hier ist nur mein Server-Droin. Warum haben wir jetzt einfach so viel gelabert? Keine Ahnung. Hahaha. Einfach mal ein bisschen... Ein bisschen gespielt. Und ich mache das mittlerweile besser als vorher. Ach, das sind meine Freunde. Ich bin schon wieder tot. Ich auch. Oh, ne Scheiße. Schade, mein Grafik-Bug ist weg. Die weißen... Äh, huch. Die weißen Fingernägel waren super. Ich wurde gerade von Virgin getötet. Da lieg ich? Vorsicht! Ja! Ich hätte nur gerade einen anderen Namen gelesen. Nein, die wird geblendet. Ja, ich auch. Es hätte dann wieder zu dem Thema gepasst. Aha. Ah. Dominik, benimm dich. Ich guck dir zu. Wie er sich am T-Spawn rumtreibt. Was? Bis am Spawn-Punkt. Dann war er irgendwo lang. Hahaha. Merkt man. Sie ist ne schöne Linie auf der Karte. So orientierungslos. Also ich merke, ich habe die Fälligkeit der Mosel untergestellt. Warum? Weil es gut läuft. Oh, Lodino. Aussicht. Ja, versuchte mal mit der Piste so zu holen. Lodino hat dominiert. Was? Er hat Bukka gewonnen. Oh. Oh. Taxi-Staminator. Oh. 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 Ja. Ups. Das war meine. Traum getrossen. Wieso? Richtig getroffen. Die kommen gleich von hinten. Nö. Cass, ihr terminiert uns. Scheiße. Meine Waffe war leer. Mann. Ich hatte die fast. P90 Noob. Ich bin's nicht. Ich bin's nicht. Ich hatte ihn. Wo ist P90 Noob? Keine Ahnung. Der Garvit sich gerade beschwert. Ach so. Und der Noob ist da nicht. Was ist das, Jeremy? Wichtig. Weil der eine FMP-90 hat zum Schießen. Der Noob. Wir haben einfach irgendwas genommen. Der Noob ist da nicht so gerade. Ich bin nur mit der Pistole gerannt. Und du hast es aus tot. Und der Dominik ist müde. Ja, ihr seid auch zu meinem Müden. Gut, dann machen wir nach dieser Folge wieder Schluss und der Dominik legt sich schön ins Bett. Nee, genau. Dann spielen die Profis hier erstmal ein bisschen richtig auf. Wir halten uns ja nur zurück, damit der Dominik sich nicht so zurückgesetzt fühlt. Ihr wisst schon, dass er mehr Scheiße labert, als ihr Sachen könnt. Hä? Das habe ich jetzt nicht so verstanden. Mann, es ist auch schon 23 Uhr, muss ich nicht verstehen. Ich stimme ja gar nicht, es ist 22.40 Uhr. Mann, das ist ja doch so schlimm. Das ist ein 20 Minuten Unterschied. Orsten. Bringt man hier in der Schule gar nichts bei? Ich jetzt sage nur, ich schlafe. Bildungssystem. Er steht noch vor mir. Nicht ich. Oh, der dominiert. BTF. Der Noob ist tot. AK Noob. Brauch eine Waffe. Geht in Dekko. Auch schon wieder ein P90 Noob. Und er ist tot. Hier steht auch schon wieder ein P90 Noob. Aber was? Pass auf, der Hüber habe ich getötet mit der Sniper. Oder was das da ist. Oh, D-Kain dominiert euch. Ich bin gerade blind gewesen. Wo ist denn jetzt draußen da? Ich bin eine Waffe verfügt. Blinde? Ich habe alles gesehen. Ich auch. Oh, war Blendgranate. Aber ich werde nicht geblendet. Nö. Aber Thorsten, das geht besser. Ich reiße mit der Pistole nichts. Mann. Ich kann Kohle ab. 1800 Dollar, kriegst nichts für. Ja, ich hatte 2300 oder 2100 Dollar. Oha. Ich habe glaube ich einen Handgranate oder sowas gekauft gehabt. Ich habe 4800 Dollar. Oh, jetzt. Waffe. Wie wäre. Okay, los geht's. Ich glaube ich muss mal die Schnellkaufoption nochmal hier zusammenbasteln. Warum? So schlimm? Nicht, nicht. Ah. Welcher Noob hat den Blankgranate geworfen? Nein, Spaß. Ich bin so blöd, als ob er das halbe Team blende. Oh, FC. Ah, Mist. Boah, ich habe ihn noch gehabt. Haha. Ninja mit M4 Ultra. Noob. Okay. Aber mein Headshot. Du hast nicht deine eigenen Leute umgedreht. Du bist das. Das ist Lodinio. Ne, das ist Lodinio. Ne, das ist Lodinio. Äh, wuch. Warte mal, kann ich, äh. Wie kann man mal schreiben? Äh, ich glaube T. Müsste, glaube ich, vertraut sein. Ne, Ypsilon. Ypsilon. Dann war es Y und Zoll. Ja. Ja. Ich habe es, glaube ich, früher mal umkonfiguriert auf T. Dani dominiert. Oh. Ein F10.3 ist fertig. Mr. Crowley. Hallo? Mit deinen 10 Lebenspunkten wäre es nicht mehr viel. Ich habe hier einen mit 8. Ja, Rikö. Wobei, war ja gerade Feige von hinten den Dani erschossen. Oder die Dani. Oder wie auch mal. Das ist Dani. Wie feige der sich jetzt hier. Rikö. Rikö. Oh, Mr. Crowley. Ja. Mr. Crowley. Sondern es ist eigentlich zuvoll, dass ausgerechnet auf dem Schwulenzimmer auch so viele schwule Leute sitzen. Gibt es mal im Ernst? Ich habe noch nicht so viele Namen mitbekommen. Ne, ich auch nicht. Disco denkt, die waren vom Server gebohnt. Warum? Weiß ich nicht. Gut, ich glaube, Thorsten und ich beenden dann auch gleich mal die Aufnahme. Ja, gut, bis zum nächsten Mal, wasche Idioten. Ja. Tschüss. Tschau.